exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren ein wechsel der superlative die juristische welt frankfurts erlebt einen bedeutenden wandel ein partner von noair einer der bekanntesten juristischen adressen deutschlands wechselt zu ashurst einer weiteren größe in der branche dieser schritt wird nach ansicht von branchenkennern erhebliche konsequenzen für das rechtsgebiet haben die genauen details des wechsels und der auswirkungen auf die beteiligten parteien sind zum jetzigen zeitpunkt noch unklar giganten der branche noair und ashurst sind international anerkannte giganten auf ihrem jeweiligen gebiet noair mit seiner beeindruckenden geschichte die bis ins 19 jahrhundert zurückreicht ist weit über deutschlands grenzen hinaus bekannt usherst gegründet im jahr 18 22 hat sich ebenfalls als globale macht im rechtsbereich etabliert und ist bekannt für ihre expertise in einer vielzahl von rechtsgebieten folgen des wechsels die auswirkungen die sich aus dem wechsel des noair partners zu erschurst ergeben könnten sowohl für die beteiligten kanzleien als auch für die kunden enorm sein während die genauen umstände und gründe für den wechsel noch unklar sind werden sie sich zweifellos auf die arbeitsweise beider kanzleien auswirken der wechsel ist auch für die kunden des anwalts von bedeutung sie müssen sich mit einem möglicherweise neuen juristenteam bei usherst auseinandersetzen oder gar eine neue juristische beratung suchen der wechsel wird sich daher zweifellos auf die dynamik und den wettbewerb auf dem frankfurter und auch überregionalen rechtsmarkt auswirken schritte in die zukunft der wechsel des noair partners zu erschurst markiert sowohl für ihn als auch für die beiden beteiligten kanzleien einen bedeutenden schritt in die zukunft es bleibt abzuwarten wie sich diese entscheidung auf die weiteren aktivitäten und die positionierung beider kanzleien auswirken wird was jedoch sicher ist ist dass sowohl der anwalt als auch die kanzleien vor interessanten und möglicherweise herausfordernden zeiten stehen schlussfolgerung der angekündigte wechsel eines nur partners zu erschurst ist ein bedeutendes ereignis für den frankfurter rechtsmarkt es wirft wichtige fragen über die zukunft beider kanzleien und auch über die dynamische landschaft der juristischen dienstleistungen in der stadt und darüber hinaus auf sowohl nur als auch erschurst werden in reaktion auf diesen schritt wahrscheinlich strategische anpassungen vornehmen müssen die genauen auswirkungen und chancen die sich aus diesem wechsel ergeben werden sich in den kommenden monaten und jahren zeigen geschrieben von anita farke journalistin mittwoch 15 mai 24 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen